Ich habe die hungrigen Sandcrawler beseitigt. Belia sei Dank. Die Crawler sind zwar Geschöpfe, die seinem Willen gehorchen, aber dennoch bin ich froh, dass sie in sein dunkles Reich eingegangen sind. Gut gemacht. Hier hast du deine Belohnung, Fremder. Zeig mir deine Ware. Ich werde mich langweilen. Türschlüssel? Der Assasin-Händler? Sollte der das verkaufen? Ich will mir nicht... Gürtel der Stärke. Zehn Stärke dazu. Feldrübe. Verdammt, ist nur Heilkraut. Feldknöterich. Brauchen wir eigentlich nicht. Können wir ja auch gerne mal schreiben, ob der diesen Schlüssel verkaufen sollte. Ich glaub's nämlich eigentlich nicht. Das hättest du nicht. So, dann... ... spreche ich mich hier noch mal ab. Gucken wir mal, ob wir auch noch irgendwas klauen können vielleicht. Ich mein, der Uruk ist zwar... ...hier auf Achse. Keine Ahnung. Und meint, der würde uns beobachten. Gut, vielleicht entdeckt er uns, aber wir können ja mal schauen, was da denn so drin ist. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. So, Räuber in den Bergen. Schauen wir mal nach. Ich schätze mal, hier geht's zum Auftrags... äh... Ort... Ziel... was auch immer. Die Frage ist, sollen wir geradeaus... ...da die Leitern hoch, das sieht natürlich schon ziemlich verdächtig aus. Geht's hier irgendwo lang, oder endet dieser Weg irgendwo? Gut, wir sind hier in Maran. Im Prinzip endet hier nichts. Ich glaube, ich sollte hier wirklich nicht lang laufen, weil das wirklich nicht endet. Ist da hinten eine Höhle? Genau, das meine ich. Jetzt haben wir uns wieder... ...vorm eigentlichen Ziel entfernt. Aber kommt das eine Höhle? Es war erstens klar, dass hier eine Höhle ist. Und zweitens muss ich da rein. Ach du Scheiße. Was ist denn hier wieder los? Ach du Schande, überall Felsbrocken. Aha. Ach du Kacke. Da ist ein Kronstückleber und so wirklich. �ESIGE-Goblykriegerman, äh... ...wie es Kronstückleber zu lösten. Da ist NICHO zu blöder. Da ist nichts zu töiasm. Und wenn man dabei noch EP findet, ist es natürlich umso besser. Da ist nichts zu bündern. Nichts zu holen! Nichts zu holen. Nichts zu holen! Nichts zu plündern! Ich kann auch nur schwer einschätzen, ob die was mit einer Quest zu tun haben oder ob die einfach nur so optionale Gegner sind. Denn da wurde ja auf jeden Fall gesagt, dass natürlich die Gegnermassen steigen, da man sie nicht stärker machen kann oder irgendwie sowas in der Art. Und wenn wir mit Roland schon Level 73 sind, macht es natürlich Sinn, dass man dann mehr Gegner auf einen loslässt, da das dann wenigstens ein bisschen den Schwierigkeitsgrad noch hebt, weil ich bitte euch, was sollen denn drei Goblins uns jetzt noch anrichten? Gut, ich meine, sieben oder acht können zwar auch nichts anrichten, aber da kann man wenigstens vielleicht mal den Überblick verlieren und ein paar Schläge kassieren. Was haben wir denn hier? Bolzenpaket, okay. Also wie immer können wir ja unseren Proviant aufstocken. Und da geht's wieder hoch. Och nee. Wisst ihr, was ich ganz kurz dachte, als ich hier reinkam? Ich dachte, dass wir so eine Uga-Höhle. Da hätte ich mich drauf gewollt. Nichts zu plündern. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Dann haben wir noch Pfeilpakete. Proviant. Warum Pfeilpaket? Dann nochmal Proviant. Also wir haben jetzt, was waren es? Vier Goblin Kriegerlager. Oder was heißt Lager? Feuerstellen. Zermürbt. Das waren noch ein paar Goblins. Circa 40. Würde ich sagen. Ja ne, nicht ganz. Fast 40. Paaren 30 vielleicht. Ich zähle ja nicht nach. Sagen wir mal grob 4x8 32. So. Dann müssen wir natürlich auch hier hochlaufen. Wenn wir auch schon hier rein sind. Ach du Schande. Haben wir ja auch nichts vergessen. Gut. Wie gesagt, die Steine haben mich irgendwie an die Uga-Höhle erinnert. Oder an irgendeine andere Höhle mit Ogern. Da ist nichts zu holen. Nichts zu plündern. Ja komm, da ist nichts zu holen. Da ist immer ein bisschen Fisch und ein paar Goldstücke. So dürfen wir die aber auch haben. Da hinten gehts weiter. Hier gehts raus. Okay. Oh Gott, wo sind wir denn hier? Da oben ist auch wieder ne Höhle. Ach du Schande. Ach du Kacke. Naja, aber Rand ist nicht so einfach. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Da kamen wir her. Da gehts weiter. Da gehts weiter. Okay, von da ist... Es geht... Noch weiter höher oder was? Und da sind wieder so Felsen. Das heißt, da sind locker wieder paar Goblin-Trupps. Aber wo gehts da hin? Das endet da oben. Na immerhin. Immerhin das. Na gut. Und hier führt auch nur ein Weg nach draußen. Jetzt sind wir nur ne Etage höher. Okay, gut. Das ist... Überraschau. Ach du Scheiße. Wo gehts denn hier hoch? Das fiese ist halt, dass alles miteinander irgendwie verzweigt ist. Also das ist nicht unbedingt fies. Aber was daran fies ist, dass wenn ich alles so durchgehen will und 10 Höhleneingänge finde, die aber zum selben was weiß ich Lager führen, da kann das natürlich schon ärgerlich sein. Da unten ist der Turm und ganz unten ist irgendwo Harons Lager. Oh, ey da oben. Weißt du aber was da oben ist? Da oben ist diese Hängebrücke, wo ich auch mal irgendwann drunter wollte. Und ach du Scheiße, guck mal wie hoch das hier alles ist. Das ist mir die ganze Zeit gar nicht so wirklich bewusst gewesen. Also schon irgendwie, aber das ist einfach nur krass. Und ja, ich weise ich eier jetzt hier irgendwo rum. Und sollte eigentlich vielleicht einfach die Leitern da hoch gehen. Weil ich dort höchstwahrscheinlich die Banditen finde, die Harun beseitigt haben will. Wenn wir hier ganz hoch gehen, sind wir wieder in irgendwelchen Städten. Deswegen geh ich mal kurz hier entlang. Also wird das, das ist hier eine Strategie von mir. Reinste Taktik. Wir springen nämlich jetzt auf die Räuber drauf. Ja. Da unten sind Ruinen. Okay. Da ist aber... Tut mir leid, ich muss da hin. Das sieht mir gerade zu interessant aus. Das ist doch hier in der Nähe von Uga. Da ist doch die Pomadenplantage. Oh, ich ziehe aber nicht runterfallen an der Seite. Da oben ist irgendeine Hütte. Und da hinten ist ein Höhleneingang. Ach du Scheiße. Oh Gott. Nicht da runter schließe da noch. Roland, pass auf! Oh Gott. Da geht's hoch. Zu der Hütte. Da hinten ist auch noch irgendwas. Irgendein Höhleneingang. Ich gehe erst mal zu der Hütte, glaube ich. Also ich hoffe, dass es irgendwas abgeschlossen ist. Nicht, dass ich dann wieder durch 100 Gänge durch muss, bis ich dann irgendwo wieder Land sehe. Also gucken wir mal hier hoch. Schauen wir mal was da so ist. Kann natürlich sein, dass es mit irgendeiner Quest verboten ist und nicht irgendwas ruiniert. Das ist immer drin. Die Möglichkeit. Aber mein... Abenteuergeist will gesättigt werden. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal hin. Das sind aber auch große Wege, ne? Also... Wenn jetzt am Ende nix in der Hütte ist, dann war das eine ganz schöne Energieverschwendung für den guten Roland hier, der sich einen halben Kilometer hoch kraxelt. Das sieht aber recht verlassen aus. Es könnte auch gut sein, dass das in irgendeinen Gang zur Kanalisation führt. Ne, es scheint... Wasser... Wacholder... Pfefferbeutel... Ich denke, das wird vielleicht irgendwann später noch mal relevant werden. Ein alter Zettel gefunden in einem Haus im Gebirge bei Uga. Aber... Jetzt wird's doch noch mal interessant. Wo ist denn eigentlich... Wo ist denn eigentlich... Wo ist denn der Cursor? Moment... Wir haben ein Problem. Ah, da ist er. Wo war der denn? Hä? Was war denn das gerade? Da ist er. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Wenn ich wenigstens mal... Den scheiß lesen. Dann ist er knüllter Zettel. Aber jetzt noch mal bitte. Hä? Wo ist jetzt der andere? Ach hier. Eigentlich müsste ich stolz auf mich sein, dass ich das gold sicher aus Uga rausgeschafft habe. Aber die Männer von Tores wissen wahrscheinlich schon, wo sie suchen müssen. Oh. Ich werde daher eine Höhle aussuchen, die ganz in der Nähe ist. Geh etwas bergab und dann in Richtung Amarna. Saladin. Und das hier war jetzt... Hey Saladin, was soll die Scheiße? Willst du mich linken oder was? Wo ist das Geld? Du verdammter Penner. Ich werde diesen Zettel in deinem Haus nieder... hinterlegen. Wenn du dich nicht bald bei mir meldest und das Gold rausrückst, mache ich dich fertig. Santiago. Ja, Santiago ist tot. Ich habe also am Haus in den Bergen unterhalb der Stadt Uga einen Zettel von einem... von einem Typen namens Saladin gefunden. Der Brief ist für einen gewissen Santiago, den Saladin hat anscheinend Gold aus Uga gestohlen und in einer Höhle versteckt, die hier irgendwo in den Bergen sein muss. Und zwar in Richtung Amarna. Klingt interessant. Ich habe bei dem Typen, der mich so plötzlich überfallen hat, einen Zettel abgenommen. Hier mache ich es, dieser Santiago und der Komplize von Saladin anscheinend haben die beiden den Uga einen Raupe unternommen. Saladin scheint die Beute mitgenommen zu haben, während Santiago geglaubt hat, dass ihn sein Kumpel betrügen wollte. Na, zumindest weiß ich jetzt, um was es geht. Ich hoffe, das ist jetzt auch nicht schlimm, dass wir hier irgendwen umgebracht haben. Also einfach so. Irgendwie. Weil es sich so ergeben hat. Weil er uns angegriffen hat. Ich hoffe, der war nicht wichtig. Aber ich... Ich weiß nicht, gab es dann Santiago irgendwo in Uga? Ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall ging es ja doch noch mal heiß her in der Hütte. Immerhin das. Vielleicht sind hinten noch irgendwas versteckt. So ein Drachentöter? Ne, doch nicht. Oder Uriziel? Nein, auch nicht. Okay. So, auf jeden Fall haben wir Santiago umgebracht. Und werden wahrscheinlich auch noch einen gewissen Saladin umbringen. Saladin war, glaube ich, nicht in Uga. Ich erinnere mich nämlich an keinen Saladin. Santiago könnte sein. Ich hoffe allerdings jetzt nicht, dass irgendwer sauer auf uns ist. In Uga. Da wir, was weiß ich... Seine Leib... Wache oder so umgebracht haben. Also bei Santiago haben wir es einfach umgebracht. Aber ich hoffe, der ist einfach so gespawnt und hat er noch nie was... Anderes in Uga verloren gehabt. Also sprich nur für diese Quest, weil dann ist das ohne Probleme. Ansonsten könnte er mir ja schreiben, wenn der für was anderes noch relevant gewesen wäre. Ich bin aber der Meinung, dass ich den noch nicht gesehen habe. Noch nirgends. Aber ich kann mich natürlich irren. So ein bisschen Fallschaden jeden Tag ist auch gesund. Jetzt gehen wir mal in die Höhle, die genau so aussieht oder... Na nicht genau so aussieht, aber wahrscheinlich genau die sein wird. Die Saladin aufgesucht hat. Okay. Ne, die Höhle ist komplett leer. Da kann doch was nicht stimmen. Wo soll die Höhle denn leer sein? Vor allem weiß ich auch gar nicht... Ob das überhaupt die richtige Höhle ist, weil Richtung Armada... Ich hab keine Ahnung, wo es nach Armada geht von hier aus. Ich lese mal hier drin. Vielleicht triggert das denn Saladin. Der kommt jetzt auch um die Ecke und bringt mich um. Nein. Gut, das heißt wir haben wieder eine neue Quest. Das... Ne, das dürfte gar nicht Richtung Armada sein. Das ist eher Richtung... Aber das weiß nicht wo es hier lang geht. Hier ist Uga. Aber dann sind wir nur auf der Ebene und können da hochlaufen. Ich glaub hier waren wir auch irgendwo schon mal. Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber... Aber das wäre doch eine Höhlung Richtung Armada. Aber das könnte natürlich auch noch weiter Richtung Armada sein als... Ne, ging es überhaupt noch Armada oder ging es halt zum Belia-Turm? Naja gut, also ich mein da, dass es sich sowieso um einen Kreis bildet. Hier dieses ganze... Dieses ganze Wüstental. Kommen wir in beiden Richtungen irgendwann nach Armada. Aber das ist natürlich nicht das Ziel. Da unten könnte auch immer eine Höhle sein. Hier kamen wir ja her. Ist da oben eine Höhle? Moment. Wo ist denn die Hütte? Ne, jetzt dürfte die... Dürfte keine Höhle sein. Ne, ich glaub nicht. Na gut, jetzt sollten wir eigentlich zum eigentlichen Ziel. Äh, die Räuberhöhle. Aber ihr könnt mir gerne mal schreiben, wie... äh... Wenn ich das angehen muss jetzt mit dieser neuen Quest mit Santiago und Saladin. Denn immerhin haben wir jetzt eine neue Quest dadurch. Und einen Santiago umgebracht, der vielleicht wichtig sein könnte für irgendwas anderes. Jaja, Varand ist voller Rätsel und voller Quests. Und voller Mörder. Ja. Aber nun gut. Vielleicht finden wir ja auch Saladin irgendwann mal irgendwo. Ich meine, da hinten geht's nach Armada. Ich meine, da hinten ist auch eine Höhle. Und da geht's weiter hoch. Und ach du Scheiße. Oh Gott, ich... Verliere mich hier wieder. Ich muss echt hier runter. Also hier raus. Und wir kamen, glaub ich, auch von hier hoch. Sollte lassen wir mal kurz hier runter plumpsen. Wir kamen doch von hier, oder? Ja, das wird'n Spaß. Mach schon auf die Fresse fliegen. Genau, hier sind wir hochgegangen. Hier begann der kleine Exkurs. Um's mal so zu nennen. Fing ja eigentlich alles mit 40 Goblins an. Muss man ja auch mal sagen. Eigentlich ging's ja nur um Goblins zu verkloppen. Vor allem sind wir wieder in irgendeine Quest hineingeschlittert. Na gut, ich... Sag ich ja nix gegen, ne? Mach ich ja gern, aber... Die gibt mir wieder viele Rätsel auf. Gut, dann müssen wir wieder ganz runter. Und dann... Räuberlager. Genau. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Warten wir einfach mal hier. Bis dahin. Tschüss.